auf die andere seite ist es nur noch drei milliarden stunden unterwegs hier ist auch keine u-bahn oder irgendwas mit tram oder sowas was hier hat jemand geweint kann er weiter weinen ich glaube die dörfer sparen auch wieder die kann man nicht kaputt machen also kann schon was bringt noch nichts die sporen glaube ich wieder ja ein material bringt es noch aber ansonsten was habe ich eigentlich für klamotten an was weiß ist ja okay den weißen anzug okay aus geuniform also weiße klamotten tragen macht immer ich bleib in meinem pyjama gelben und du hier passt jetzt zwei zwillings brüder dumm und schlau dumm und schlau ja genau hätte ich jetzt auch gesagt schlau und schlauer nach von sie noch zelte sind oder sind hier die das unsere zwillingsmongos wieder ja waren wir hier schon mal das ist wahrscheinlich der andere grüne spot ja ok wahrscheinlich ist der andere grüne spot da habe ich hier schon mal oh das waren doch zwei oder ist tot tot da vorne so einer frosty hier oder kommt noch ein großer knüppel natürlich hier wollte ich euch ja wieder freunde machen ich nicht den kann man nicht bei mir steht welcome to the chatroom die ball wieder am chatten ja chatroulette 3 3 2 1 1 eklhaftigkeit hier waren wir schon mal ja das kann ich mal jetzt sind wir müssen wir jetzt hin ich glaube hier in die richtung weiß aber auch nicht das spot war mit dem bunker das weiß ich nicht immer irgendwo an der küste war das dann hat man markiert das weiß ich noch wahrscheinlich ist das ganz oben ja hätten wir jetzt allerdings noch dahinten noch irgendwas markiert mit gps hier geradezu ja ich weiß nicht ob naja im elch hatte mich erschreckt was bringt denn so ein elch futter im zweifelsfall hoff ich denke ich weiß ich keine ahnung es ist noch ein mob was soll ich das sagen so wir werden das gleich sehen ja hast du einen erwischt? kann sein ja natürlich und hast du ihn kaputt gekriegt mit einem schuss mit einem schuss ich krieg refell und fleisch hoff ich zwei teile refell und fleisch das war zu erwarten aber wofür brauchen wir fell? ich hab mich ja nicht fell gebraucht fellrüstung achso die wir sowieso nie gebraucht haben die kloppen sich glaube ich gerade da unten wenn ich das richtig seh jawoll schön aufs maul da sollen sie sich kloppen solange sie uns in ruhe lassen ja was ist denn los? das war am anfang aber nett es sind immer mehr mutanten da ne? ja klar weil wir auch immer mehr hüllen aufgeklärt haben da waren wir da schon mal und der elch in der ecke guckt so ha 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 er findet es geil das sind sie blöd sagt er ich geh ja warum so schön ja das wege hier nur mal so lang sind große felsen ich sag ja so ein fahrzeug wäre nicht schlecht ne naja hier ist noch einfach nur so ein golf kart wo du halt auch und wenn du da auf dem regen fahren kannst ist da wurscht dabei ja genau das wäre schon echt ein vorteil ja oder so ein kleines fahrrad oder so ein kleines motorrad halt so eine ktm oder sowas das ist ja auch nicht das stimmt ja weil das ist auch realistisch dass du die irgendwo findest weil die ja auch alle fahrzeuge hatten das in irgendeinem bunker oder in irgendeinem bunker irgendeinem motorrad findest ja ich sag ja so einen kleinen nur so ein golf kart damit könnte ich ja schon mal um hier ist auch ein geiler spot ja das ist ein haus an die wand ja gut aber du kannst ja in die wand bauen so irgendwie ja aber du hast ja keine fische und nix also kannst du ja das ist halt ziemlich weit weg von allem ach der kelvin holt schon fische kann aber was machen naja ist ja gut hör auf rum zu snorchen ist da nicht der golfplatz weiß ich nicht da oben läuft auf jeden fall einer zwei also ich hab irgendwie das gefühl wir laufen die ganze Zeit im kreis aber ich bin mir nicht sicher ich weiß auch nicht laufen mal ab da kommen auch noch mehr grad auf euch zu machen wir hier nicht grad ich glaube ich weiß wo der bunker ist da laufen wir mehr oder weniger darauf zu also noch ein stück weiter ab da oben bist du schon ja 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 nie mal schnorchelt hier mal ins ohr ja 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 also das bin ich das mein charakter oder computer sagt nein tschuldigung doch das ist so ein irgendein charakter oder man soll doch beim berg latschen und hat das zu holen keine ahnung ich laufe ich hab's eigentlich gar keiner ich hab's eilig ich höre dieses komische atmen auch schon wieder ein übergleiche mann du hast das atmen auch oder komisch was und schwerfälliges haben hast du dich auch sind unsere charaktere die haben alle jetzt sie können treffer treffer und vom finger joe mal ein tripper genital herpes genital herpes haben wir auch irgendwas markiert hier ja aber was ist für den poppers ist ein richtiger walking simulator ja heute schon jetzt gerade aber wir haben dafür schon richtig viele höhlen schon das stimmt ja die haben auch ein stuff heute gefunden da dürfte auch nicht mehr dann zu viel kommen denke ich mal nee also was es auf jeden fall noch gibt es noch ein bogen das weiß ich hier sind noch gräber aber kein popponbogen oder das? ja 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 das ist was für forstie ja pampern hast du zu wenig muni das ist scheiße das stimmt ja ähm ähm baufe mehr gräber? ne es sind nur die drei ne? du hast da noch einen, du hast da noch einen äh also ne seile ne schacke wer vergräbt denn seile? was soll denn das? ne ne schuhe ne schuhe ach okay dann nochmal zum green spot und ich glaube dann wären wir schon fast vor der höhle äh vor der höhle ist er schon vom bunker oh man ey vor der höhle ja aber da wären wir auf jeden fall auf dem richtigen weg das muss passen ganz weit im Norden da sind die da ist er nochmal ein marker die kieler jungs die sind ganz weit im Norden ja ist das so du kommst doch ganz weit aus dem Norden das ist korrekt ja ihm ist korrekt ins korrektli ding deke ding 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 deke ding ding oh mein Gott willkommen bei mich da nicht Posse ja was passiert wenn ich da nicht mit der schrotze in den hinterkopf baller dann ist der russ offline dann ist der russ offline dann wird Morbis verbannt verstehe ich jetzt nicht ach du gründer und ich glaube jetzt sind wir auf dem golfplatz ja jetzt hier ist der golfplatz ja ja ich kann nicht mal einen schritten benutzen könnt ihr benutzen spring und linke maustaste oh scheiße spring und linke maustaste Punkt Das geht immer auf das Steißbein. Ein bisschen, ja. Voll auf die Puppe. Wo sind die Golfkarts? Oh, da haben schon wieder welche. Lauf doch nicht beiseite ein bisschen, ey. Ach, mich juckt's in der Nase. Ach. Na, besser nur da. Warum trifft meine Pamp-Anläufe? Weil meine Armbrust nicht mehr? Weil du nicht richtig ziehst. Doch. Glaube ich nicht. Ach, das ist nur ein Stein. Das war eine Kiste. Ich dachte, da fliegt ein Helikopter. Aber das war nur so ein kleiner Vogel, der gerade so ein bisschen in der Sonne stand. Na, Alter. Werden wir doch noch gerettet. Können wir doch noch mal abhauen. Jawoll. Äh, das ist noch ein bisschen so beim Ende, ne? Ich hab nur so'n Schmühlfass gesehen. Ich will das gar nicht wissen. Ne. Hör auf zu spoilern. Ich weiß nicht, das ist doch so. Ich hab das nur gesehen, man. Als Schmühlfass. Oh. Pudel zu! Ist ja noch ne Klappe dran, sieht so aus, ne? Weiß ich nicht. Sieh mir so nach Fundamentjahrs ne Klappe. Ja, hier, ja. Ein Bungor. Pudel zu! Schneller! Schneller! Dann fuhl ich auf den Kast. Schneller, schneller, schneller. Dann los, das ist du. Soll ich mich antreiben oder was? Ich habe gleich die Schaufel ins Gesicht, Junge. Hörst du nicht auf mich? Paddel ich sie ein. Na? Wo soll ich denn? Komm, komm, zeigen wir doch. So. Knochen. Achso. Ähm. Rechts am Ausdruck wäre das für B sein. Chococo. Was brauch ich noch? Was ist das? Das ist C. Das andere war glaube ich A. Das heißt B fehlt uns eigentlich noch. Ich weiß nicht, ob B dann eine andere Zugang ist. Kannst du auch mal eine? Ich will da jetzt nicht rein. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Also du sagst. Erstmal L. Wir müssen Licht machen. Das Licht. Liegt hier was? Ne. So. Hier gibt es ausschließlich leckere Sachen zu finden. Ach du Scheiße. Was denn? Das ist eine richtig krasse Atmosphäre gerade hier. Mit der Musik. Oh hier ist ein Revolver. Hier ist der Revolver. Hier ist der Revolver. Jawohl. Wir haben Revolver. Oh, schick. Alter. Hier holen wir alles hier, wa? Blub. Hallo. Alter. Haben wir dafür überhaupt Munition gefunden? Ich weiß nicht. Nein. Ich weiß nicht mehr. 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 Ach den kann man gar nicht kombinieren oder was? Hm. Bisschen Hartz IV. Ja, gut. Okay. Naja, aber immerhin, ne? Was war das? Ich war das. Hartz IV Ladung? Ich habe gefurzt. In-Game. Tock Hartz. Tock Hartz. Ja, gefunden. Okay. Ja. Ja, gut. Okay, super. Dann haben wir das auch. Ja, haben wir den Revolver. Ich wusste gar nicht, dass es ein Revolver gibt. Ja, okay. Ich auch nicht. Ich bin jetzt wieder in Waffen, ne? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. Ah, was hab ich jetzt? Ah. So, haben wir das auch erledigt? Ah, so. Was ist denn? Ah. 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 Ah, wie machen wir plappen an. Ah. 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 Oh ja. Ah. Du Reudiger. So. Hammer? Nö. Ja. Jetzt. Bitte. 3,2,1. Boah. glaube ich der banker ja den können wir uns ja noch angucken können wir davor noch speichern sonst und dann als wir auch da verenden sollten ich weiß nicht was da passiert für ihn dann haben wir ja richtig gut geschafft heute wie voll ist jemand gemacht also ich war stolz auf dem schlosser gleich wahrscheinlich müsste dann in dem bunker b nehmen wo man noch nicht drin wie müsste es dann sein eigentlich da ist vielleicht der kompon bogen und wenn wir sehen oder erst mal wasser mitnehmen ach so ich wollte noch was ausprobieren im spiel werde ich gleich fort machen naja geht so die vollwachs ist gut ich habe mal die elektrikettensäge ausprobiert ja du brauchst auch einen moment dafür was halt nur anscheinend keine stamina ist dein einzig vorteil ja die macht gut die macht gut schaden vor dir neben dir hinter die überall in dir neben dir über die ich fahr ja das sind die holzfrüten die holzfrüten ja komm mal jauhu komm ey, konnten wir da was schaufeln? ne ne voll den baum ey oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo nein ach da waren wir ja das ist die hütten die ich von denen gesprochen hatte wo keiner so richtig weiß wofür die überhaupt da sind war nix zum schaufeln ne? ne ne ich denke mal dass da vielleicht mal was im laufe der zeit mal mit Storytänen schaden oder was kommen könnte das kann sein aber hier ist er nischt 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 ist nur ein werfer ohne raketen genau ist einfach nur ein mörser von hier oben vom berg du kannst natürlich überall runterfahren im schlitten manchmal fragen wollen wir einen weg mal folge baum gerasselte nach quatsch na klar es kann ja jeder weiß jeder kann lass uns vorher was bauen ja eine bom oder so erstmal muss ich erst mal wieder jetzt mal heili 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 segen trinken frossi schlägt wieder alles kaputt weißt du okay die aktien wenn man nicht mit das sind wir auch nicht mit gespeichert ich weiß nicht ob wir wollen aber dafür munition hatten flintenlaufgeschosses schrotkugeln 4 schrotze haben muss bräuchten ob ich den gott noch zwei armbus polsen wo werden die angezeigt oben links in der roten kiste aber ich habe auch noch zwei haben wir schon habe ich überhaupt nicht ne hat ihr mal vor eurem revolver musikion ich nicht ne ne neuer steht ab wir wollen probieren aber nachgeladen hat er also irgendwie vielleicht ist es diese 9mm moon ne bitte die gitarre ja ach morgens hast du noch im kopf So, wollen wir mal neigucken. Haben wir mal gespeichert? Äh, ja wohl ja. Vorsichtshalber nochmal. Okay, dann gucken wir doch mal, was uns hier erwarten tut. Ach du scheiße. Okay. So geht's nicht weiter. Boah, es ruckelt schon. Oh Gott. Ja. Hier geht's nicht weiter. Oh. Zündig. Oh, wie tief runter geht's dann? Sehr tief. Oh, ja, okay. Rechts ist Wasser, da kannst du tauchen. Na, gucken wir erstmal hier, erstmal eine Etage. Oh, ruckelt, ruckelt. Bei mir ruckelt es wieder voll. Ja, da kommen wir schon auf den Gegner. So, ich muss mal kurz das gucken. Was hab ich denn die... Die Molli ist auf 8. Und das Feuer mach ich mal auf... Fünf. Ähm. Ja, langsam. Siehst du was, da ist ein Hase mitten im Raum. Äh, so kuschelt hier. Vorsichtig, warte. Kuschelt hier, oder? Ja. Ich muss mir mal angucken, was hast du. Äh. Okay. So, das riecht nach einer Falle, würde ich sagen. Ja, genau. Würde ich auch sagen. Ach, was war's wieder? Ich hab's vergessen. 8. Alle bewaffnet? Ja, ich hab die Pamka. Warte kurz. Ich hab' einen Molotow. Da kommt was rausbestimmt, ne? Kann man den aufnehmen oder irgendwas? Nein. Hä? Okay. Boah, ich hab was wie vor. Alter. Haben sie Angst vor so'n Hasen, weißt du? Ja. Alter. Alles voller Blut. Hier ist alles voller Blut. Boah, heiß links, wo wollen wir lang? Boah. Erstmal rechts. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir auch nochmal... Nee, hier geht's nicht weiter. Oh Gott. Was ist das denn für ein geiler Raum hier? Ja, so ein Speicherraum. Das muss ein Streamerraum sein. Wollen wir speichern hier? Ja, lass mal speichern. Ja, vorsichtshalber. Speichern ist immer gut. Okay. Gut, dann geht's zurück. Man malt grad ein bisschen der Stift, ne? Ach, warte. Ach, warte. Hier ist Musik. Hier ist Musik. Hä? Wann bin ich? So, hier ist... Musik finde ich auch, ne? Oh, oh. Oh, oh. Hier ist noch nix. Nee. Hier ist noch überall Blut. Ja. Ja. Hier ist rein. Hier ist mal rein. Ja. Alter. Nein, der Hütte. Oh, hier ist ein Klamotten. Das ist ein Buch. Wo? Auf den Tisch. Ja. Boah, dieser Buch weg, Mann. Nee, das läuft auch hier. Oh, Alter. Ja, und vor allem, wenn dann irgendwas kommt, kannst du nix machen. Wenn ich's lesen will, guck ich's mir nochmal an. Oh, jetzt muss ich den Molotow nochmal anziehen. Och, Mensch. Ich will diesen Schatten. Geile Bude. Auf jeden Fall. Aber wir werden gleich hart auf die Fresse kriegen. Das weiß ich nicht. Hier liegt ein Haufen Munition. Das ist nie gut. Oh. Was ist denn das? Oh. Oh. Eine Schrotflimme. Oh. Das ist nicht normal. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Nee, da lag auch eine Schrotze. Das ist aber die gleiche Schrotze, ne? Ja. Hätten wir noch nicht mal graben müssen. Toll. Ganz toll. Hier ist nochmal ein Bett. Hier können wir nochmal speichern. Ist das normal, dass wir scheinlich Gegner sind? Das kommt wahrscheinlich. Ja, das... Hier ist ein Bild. Crosses Burn Demons. Okay. Ja, die Kreuze haben wir ja. 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 Also, wir müssen das Kreuz irgendwann mal rausholen. Ach du Scheiße. Hier ist sowas kaputt. Gehen sie rein. Ich will nicht. Hier sind nochmal Medis. Geh, geh. Da sollen wir nicht durch, ne? Doch. Da sollen wir rein. Ja. Rein da. Oh fuck. Hier ist das Ende, glaube ich. Hat jemand einen Arm von euch? Was ist denn hier? Warte mal. Was hat denn jemand einen Arm? Scheiße. Natürlich nicht. Ich hatte nur ein Bein. Scheiße. Ja, aber das ist ja... Aber das ist ja ein Schlüssel. Ich glaube nicht, dass das mit einem ganz normalen Arm einfach geht. Ich glaube schon. Ich glaube auch. Das... Oh, weißt du... Ich hoffe nicht von Snooki. Nein. Snooki! Ich kann mir ja vorstellen, dass wir den Arm irgendwo finden bei irgendeiner Leiche oder so. Ah, hier ist Trottmoni. Bei mir hier. Ah, du bist wieder raus, ne? Bisschen. Ja, hier ist Trottmoni. Trottmoni, hier. Ich glaube nicht, dass es der Arm ist. Also, dass es einfach irgendein Arm ist. Ne, von irgendein bestimmten Gebmer wahrscheinlich oder so. Naja. Alter, der Fernseher ist ja mal geil, ne? Boah. Fett. Voll gefüllt. Also, wir können noch mal rausgehen und können irgendeinen Arm abholen. Dann können wir ja mal gucken. Scheiße, ey. Aber ich bin ja irgendwo noch weiter. Ihr habt ja gesagt, irgendwo tauchen. Ja. Ja, sonst gehen wir halt weiter, Will. Äh, von wo ist er? Ja. Ja. So, du bist da hier. Hast doch Angst in der Höhe. Ach du mal die Scheiß. Ding da weg. Wo war es denn? Hier? Ne. Ne, hier war es nicht. Hier waren wir schon. Wo war die Tür? Irgendwo war doch hier eine Tür. Hä, ist die jetzt zu oder was? Ne, ist eine andere Tür. Aber wir sind durch die falsche Tür gegangen. An den Quatsch halt. Ja, wir müssen hier links glaube ich, ne? Ja, genau hier. Stimmt. Genau, ja, 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 ja. Wo, nach oben wollt? Ja, nach oben. Ja, nach oben. Doch nach oben. Doch nach oben. Und dann an dem Teddybären von einem Hasen vorbei. Das habe ich gerade aufgenommen. Hä? Wo hast du das aufgenommen? Scheldration habe ich glaube ich aufgenommen. Das sah gerade anders aus. Und hier runter, ne? Ja. Ah, ne. Das ist kaputt, ist eingeschützt. Das sah alles aus. Ja gut, wir müssen ja eh raus. Also. Und suchen wir uns immer einen. Ja, das würde ich glaube ich nicht, dass es geht. nicht so einfach. Das wird nicht einfach irgendeiner sein. Es wird irgendein Gegner sein, den wir es mal umlegen müssen und dann den Arm abschneiden. Das wissen wird ein... Aber... Ich... Haha, nicht von dem. Boah, boah. Aber Moros habe ich mag, weil er einen Knochenkopf hat, dass er eingebrochen hat, ne? Das ist mal Penny. Penny? Ja. Warte. Penny Penny. Honey Penny. Ah, schon wieder was essen. Ey, Mann, ey. Roten. Alles roten. Sehr gut. Felshausen gibt mir so viel, ne? Ne. Das gibt auch nicht so viel. Das gibt auch nicht so viel. Ne. Ne. Hoah, auch nicht, ey. Was ist das denn? Wir sind noch Mobilcars. Vielleicht kann man da noch was machen, bei den Golfcars hier unten. Ja, okay. Hm. Oh ja, du bist verdient. noch kann die ballen dörfer irgendwo waren noch kann die ballen dörfer ich glaube da rechts da hinten das wird es aber nicht sein das wird nicht funktionieren die hell vielen dank für seinen follow vielen vielen dank nur um die herrung kommen das wird nicht funktionieren ich glaube auch auch wenn wir sind wir können so zu einem wir wissen auch nicht hat alle vier jahre ganz gut aber wir haben es leider sehr ungünstig wir machen da feierabend schade und selbst was machst du denn da morbus eine papierziegelscheibe habe ich auch aus dem alter bin ich leider raus und ich und dann im bunker ich habe keine munition mehr tötet sie was tschuldigung haben wir da sie gar nichts passiert verarscht er mich noch angepikst alter ja da musst du mal kurz einstecken reinstecken er musste mal kurz reinstecken und dann wieder rausziehen und dann muss gehen also schön geölt ist muss ich noch einstecken und dann wieder rausziehen aber es ganz genau wie sie läuft einfach schön schmieren und gehen dazu hey du vore bleiben wir stehen das mein spruch ich habe einfach das bein abgeschlagen das ist schön für dich morgens wir brauchen einen arm ja nichts raus deswegen ich will nicht den kopf ich will den arm es sagte alles auseinander bis er nahm hat weiß ich habe einen keine müdigkeit vertäuscht das wird trotzdem nicht gehen der pessimist doch doch bin ich aber doch das geht aber es wird nicht gehen das geht ja irgendwie von unserem herbert herbert wir haben noch keine seite muss alle aufheben darf ich dir mal ins bein schießen nein warum dann hammer ich finde jetzt nicht okay hast du dich ganz schön verändern ja das machen die waffen gewalt hast dann warst du ein von noch mehr und hat dich voll verändern ja ich bin jetzt Influencer 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 ja ich hab jetzt Influencer ich hab jetzt Influencer so dahin ab in den Bunker mal kurz speichern achso wollen wir es auch noch machen scheiße ich speicher ja schon für euch ich sehe nichts ich sehe wirklich nichts alter finde ich gut gemacht dass du wenn du in die Höhle gehst erstmal die Dunkelheit hast und nichts siehst ja aber ist ja auch mit dabei schon Standard ne ja aber trotzdem immer netter Effekt ja ja das hilft auf jeden Fall der Invasion ne ja war wir schon wer von euch hat eine Stofftier umgerannt und liegt am Boden huch hab ich's weggetreten bei mir sieht überhaupt bei mir sieht überhaupt nichts aus hinten doch ich hab's weggetreten gerade man 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 so was rechts oder links wir sind rechts rum gelaufen wir sind rechts rum sicher ne 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 habe ich gar nicht gesehen ja wo ist die toilette das kann gar nicht ach so ich habe den linken haben wir brauchen richten so scheiße ich habe nichts zu geschlagen wir haben doch gespeichert du musst doch nichts machen wir nicht ja wir müssen uns mal diesen arm finden ich habe keine munition mehr hau doch nicht ab hau doch nicht ab ich habe keine munition mehr hallo ja siehste hallo kannst du mich wieder wiederbeleben bitte das habe ich gesagt ich habe es gesagt ich habe den arm gefunden was soll denn das jetzt wie sie wieder nicht zuhören na gut sag ich habe gerade einen arm gefunden was hast du einen Arm gefunden? nein boah alter ja nie nie ja sie kommen schon der morbus der nieder hätten wir irgendwo rum oh oh ahhh 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 ich habe immer nicht mehr ahhh hey hey warum kann ich nicht schießen alter du hast doch was im auge guck mal ein Pfeil wieder oooooooo oh der Nordisk so ein Verbrecher Hilfe 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 hallo ja du sagst doch Pause ab hier hallo 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 du lebst du wenigstens wieder wahnsinn bitte stecken feil bei dir ich bin in gefahr hallo jungs hallo jetzt bekommt ihr oder was ich eiskalt verrecken im bunker ja ich brauche noch recht nahm der letzte ist einfach verrecken so machen wir haben ja gespeichert mal ausmachen was fliegt denn hier eigentlich so ist das vom spiel her ja genau aus dem grunde brauche ich auch nicht nicht wieder belegen passiert sowieso nix mann 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 mann